Mein Name ist Chao Peng. Ich bin Ankit. Und wir studieren Research in Computer and Systems Engineering im Master an der TU Ilmenau. Das erste Studienjahr ist Theorie, im zweiten folgen Projekte und die Masterarbeit als praktischer Teil. Die Ausstattung in Ilmenau ist hervorragend. Die Universität bietet Computerarbeitsplätze im Labor. Wir können Versuche durchführen und Bilder verarbeiten. Da einige Professoren Hiwi-Stellen anbieten, können wir mit den Professoren zusammenarbeiten und Erfahrungen sammeln. Die Universität hat auch zahlreiche Unternehmen. Wir haben hier Studentenjobs gefunden. Später können wir möglicherweise unser Praktikum und einen normalen Job hier antreten. Es werden vier oder fünf Kurse für international Studierende in RSC angeboten. Die Menschen sind sehr herzlich. Ich fühle mich wohl hier. Am spannendsten ist ISVI. Es kommen viele ausländische Studierende nach Ilmenau. Man lernt verschiedene Kulturen und neue Ideen kennen. Wir treffen uns mit Freunden zum Grillen oder gehen manchmal in die Clubs. Zukünftigen Studierenden empfehle ich, nicht erst in der letzten Woche vor den Prüfungen mit dem Lernen zu beginnen. Man muss ab dem ersten Tag dranbleiben. Nach meinem Abschluss möchte ich als Doktorand weitermachen, weil die Forschung sehr interessant ist. Unser Studiengang Research in Computer and Systems Engineering in drei Worten. Spannend, anspruchsvoll, technisch. Artikel 107 Viewers A Untertitelung des ZDF, 2020